Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Wir sind hier gerade nur von hier aus letztes Mal den Gang entlang gegangen und hier geht es weiter. Oh, Cutscene. Oh, Cutscene. Es ist der richtige Weg, aber wir sollten nicht hier sein. Was bedeutet das? Warum sollten wir nicht? Ich sollte es wissen. Das Ort, ich habe eine Bildung von dem in Training gesehen. Shit, wir müssen gehen. Noah, ist das, wo ich denke, es ist? Ja, es ist ein Strafraum. Das ist nicht nur ein schlechtes Ort. Das schlimmste Ort, das Herz des Fehmens. Wir haben noch nicht bemerkt. Lass uns jetzt rauskommen. Gute Idee. Erlanger, ich brauche dich. Ich brauche deine Expertise. Ich zeige dir gleich, welche Helden ich habe. Dann sagst du mir ganz genau, welchen Held ich auf wel... Also, welche Klasse ich auf wen spielen soll. Und welche Items. Bereit dich schon mal vor. Was ist das? Ja. Ich bin gar nicht erinnert. Aber ja. Ja, aber wen machst du Tank, wen machst du Healer, wen machst du Damage Dealer? All those people, do you think they're sleeping? Or maybe they're... Wait, is that... It is her! What? Ethel! Huh? That's crazy! How can it be Ethel? Well, it sure looks like her, but this is definitely a first termer. No, it really is Ethel. From when we first met her. Yeah, no mistake. What do you mean when you first met? What in the spark is this? This is what they taught us, right? That our lives are born from the Queen. You are as well. Huh? Same for you guys. We soldiers are born from the Queen. We fight, and then... To the Queen return. The Queen... Malia... That's the... Queen of Khavers. Malia! You have returned. My beloved soldiers. A consul? Ouroboros rabble. You dare to intrude on the presence of her majesty, Melia Antiqua. Huh? There's a golden consul? What is this guy? It's not like the other consuls we've met. Mia, be careful. Mia! Oh, sorry. What's wrong? Uh, nothing. Don't worry. I'm okay. Huh? I know him. But from where? Is that Noah? That's the same as Noah. I have endeavored for countless years to protect and shelter Kevis under my aegis. And now you seek to bring ruin to this world. This grieves me. Come off it. How are we bringing ruin to anything? You seek to deny it. Think. Upon your actions. Have you, or have you not, destroyed Colony Flame Clots? We didn't have any choice. No choice. Indeed. I assume, then, you had no choice but to collude with our sworn enemy. That's why you've been trying to wipe us out! Both us! And Ethel's Colony 4! Verily it is said. Uravarus abhor this world. You must be erased. Let this world be destroyed. We don't abhor anything. Do you realize how many battles we've fought and won for Kevis? We've served you our whole lives! And now this bollocks! Your Majesty! Please! You say you fight for Kevis. That you've served us. Are you certain? Rather it seems. You have been fighting for yourself and none other. You cling to life in your desperation. That is why you have fought. Unchecked. Uravarus will lead this world to ruin. Now, by my own story... I can't even notice it. It's best if we're going to save it. So... That's it? That's your verdict then? It is not her Majesty's verdict. It is the will of the world. It's what? Indeed. The security of this world is paramount. Therefore, Uravarus. The end is nigh... For you shall die by my hand. Das war's für heute. Das war's für heute. Boah, hat sie wieder viel Leben, ey. Als ob Juli gestorben ist, hä? Als ob ich gestorben bin, hä? Hä? 15 Level höher, gestorben. Ich habe die Antwort. Yippee! Ich habe die Vergeistung. Du kannst dich holen. Sie haben richtig Dasein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Juni ist echt die Sterne. Das tut weh. Ach, jetzt habe ich mich auch noch verdrückt. Das war echt schwer. Was ist das? Das blöde Ball of Light thing. Es stopt unsere attacks in der Tracks. Senna! Senna! Ah! Hm. Mio! Mio! Sorry. Lost my focus. Hausana! Ich verstehe schon wieder nicht, wieso die umsichtbar ist. Okay, dann. Noah, du bist verrückt! Das ist die Königin! Ich weiß. Aber wir müssen. Ich wusste das. Ich dachte mir das schon die ganze Zeit. Das sind alles Maschinen. Her Majesty is a... Maschine! Sparkoff! Are you serious? Was that your doing, Queen? You haven't given up your false hope. Very well. By all means, look on. Witness how hollow your hope rings as I slice it all to ribbons. What? Again? Bastard! Why does he... That saves sein älteres Ich, oder so? Noah! What's wrong? We're not done yet! Take up your blade! What's going on? Are you okay? It is fate. Oh, fate. Many have tried. But none have ever managed to escape its flow. Wait, that sword. How does he... What's going on now? Nur Teil Consum! Kämpft man irgendwann gegen den? N? Lost Numbers. Oha! What's that? What's that? Ja, ich habe ihn schon gesehen. Das ist Noa, ne? Deswegen auch N. N für Noa. So wie Joran für J. Ich weiß es doch. Erzähl es mir doch. Aber war auch nicht so schwer zu erraten jetzt, ne? Soll ich etwas spoilern? Nur wenn ich recht habe. Wenn ich recht habe, kannst du ja sagen. Wie schnell es aus meiner Grasse fliegt. Ja, vielleicht wird es noch einmal mehr in den Reichen kommen. Das ist doch Noa. Also jetzt ist es doch safe, oder? Und wenn es so ist, was sollst du dann tun? Oha. Und Mio? What the fuck? Nehmt ihr zu fragen? Ich werde uns Equilibrium geben. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich wieder gar nichts. Jetzt verstehe ich wieder gar nichts. Hä? 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 Das war Kapitel 4. Der ist einfach nur ein Noa. Ja. Der sich dem Möbius angeschlossen hat. Wie sollen wir die Tage, die wir geblieben haben? Was sollen wir sie anbauen? Wir sahen eine mögliche Antwort zu diesen Fragen. Aber wir können es nicht akzeptieren. Nicht sogar als letztes Resort. Nachher war es der einzige Weg, das war's, was gefordert zu diesen beiden. Wir sollten alle frei sein, zu wählen unsere eigene Weg. Das ist unsere Verkunft. Das ist warum wir kämpeln. Was ist das? Ich hasse Tyon. Senna ist cool, glaube ich. Das nervt noch mehr. Das nervt noch mehr. Er ist einfach Junior. Oh, okay. Hey, fangst du ein bisschen? Sure, ich bin ein bisschen peckish. Es ist ein bisschen früh, glaube ich. Nein, ich bin bereit, wenn du bist. Ich habe das Gefühl, dass du nicht möchtest. Ich habe das Gefühl, dass du nicht möchtest. Das ist nicht... Ich habe das Gefühl, dass du nicht möchtest. Das war's für, Sana. Uh, okay. Eat what you enjoy. Never stop being you. Okay? Uh... up by up 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 Ich denke, das sollte weit genug sein. Ich habe es gut gemacht? Was war das? Was war das? Ich habe etwas gesagt? Ich meine, du hast etwas gesagt, etwas zu tun, oder was? Das ist lustig. Ich habe es einfach ausgesprochen. Du bist so schuldig. In der Training, in der Kampen, in der Nacht. Sie hat immer Freunde neben ihr. Aber warum ist es so schuldig? Warum? 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 Ich habe mich? Ein schuldig? Senna. Ich wollte eher... ... die Heroin-Gerl, oder... ... die Muscle-Head. Das ist eher das, was ich für mich schreie. Jetzt schau. Oh nein, du bist nicht. Ich denke, du bist nur schuldig. Senna, bitte. Ich bin gut. Ich bin gut. Es geht nicht mehr so schuldig. Ich bin gut. Bu Das geht doch... wo sind wir hier wo sind wir hier leute da keine ahnung wo ich hier bin das war hier lang oder scheint nichts zu geben auf und wird Ich weiß nicht, Richard, will be at the base of the Great Sword before too long. Finally. Let's just sneak a peek. Sneak a peek. I know it's grim, but it needs doing. I think I'll help myself to do it. Something so valuable here. Oha, was ist denn da los? Friedhof! Friedhof! Let's poke her out! Mia, would you do the honors? Ist das da ein Boss? Das kann man übrigens nicht überspringen, falls euch wundert. 64, alter Schwede! Was ist das? Da ist ein Fortschritte und die Sicherheit ist dicht. Wir wollen nicht zu nahe kommen. Das wird uns nicht schreien. Es wird uns nicht schreien. Genau? Nein! Kein Grund zurück zum Kastel. Gehen wir für Swordmarch. Sie wollen sich verraten? Oh, der ist 55. Sorry, aber ich hasse das, wenn die Karte nicht richtig aufgedeckt ist, da kriege ich die Krise. Die Karte muss aufgedeckt sein. Jetzt werde ich irre. Hier gibt es hier Harmonie. Oh, nochmal Münzen, nehmen wir mit. Das vorletzte Gebiet lieben? Oh Gott, hör auf. Würde nicht. Muss man mit der Story noch in den Magda Wald untere Ebene? Da sind die Gegner mit 70, da war ich schon ein bisschen. Okay, lasst es öffnen. Okay, das war ich schon. Okay, jetzt geht's. So. Okay, dann geht's. Okay. So. So. Schwerter, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, ganze Gebiet aufgedeckt, jetzt kann es weitergehen. So, sind Sie real? Haha, ich beginne zu bekommen Butterflies. Das ist ein Charakter. Toll, einfach das Übersehen hier. Kann ich mir eben gucken, ob ich Juwelen bauen kann. Das ist ja geil. Oh mein! Wechsel wieder zurück. Wie viele Liegestütze macht die? Zählt mit. Es ist bereit. Ich denke, wir finden es gut. Ich werde ein paar Tests machen. Woher kommen wir von hier? Sphär. Woher kommen wir von hier? Sphär. Der Koenigspilz. Gut. 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 Look at this. Something's not valuable here. Oh. But aren't you a ginormous Sparker? Whoa. Where's the top? We finally made it, huh? Quite. Let's get to the base of the sword. Guernica told us to come here. There has to be something. Be on your guard, yeah? Because we've really been pushing our luck lately. Whoa. That's one for the books. Shut up. Lanzi's right, though. Keep your eyes peeled. It's weird to me that Erlanger does play. Because he's a graphicsaurant. If it's not 4K is, then he doesn't play. I think it was not. Sweet! Ich höre ein klartes Geräusch. Ein klartes Geräusch? Was ist das Geräusch? Was ist hier passiert? Noah! Was ist das? Wer sind sie? Die Levener. Sie sind diejenigen, die in den Kastel attackieren. Ja, keine Frage. Das bedeutet? Seid bloß, das war Estel in Alt. Seid bloß, das war Estel in Alt. Seid bloß, das Estel in Alt. Seh ich schon. Wir sind nicht für eine Krieg. Was? Wir sind die Nachbarnen. Sie sind die Verteidigung von Mobius. Was? Es gibt andere Menschen gegen Mobius. Der Name ist Monika. Monika Vandam. Der Mann, der Ouroboros hat euch geplant. Ich bin seine Daughter. Doch nicht, Erzl. Daughter? Du kennst Gernika? Du gehst für die Stadt, nicht wahr? Wie hast du... Das ist unsere Basis der Operation. Komm schon. Was? Ich nehme an, das Auge haben die sich alle rausgerissen extra. Wo ist Beliebemann? Ich brauche. Wo ist Beliebemann? Wie war es? Wie war es? Das ist die Beste. Ich brauche es. Wie ist mir dadurch? Das stimmt auch, ihr habt eine Heid, ne? Das stimmt auch, ihr habt eine Heid. Wir haben ein paar neue Freunde gemacht. Das stimmt auch, ihr habt eine Heid. 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 Das stimmt auch, ihr habt eine Heid.